Der Kniehebelauf. Eine komplexe Übung, die wir in der Regel als dritte machen. Als dritte von elf Übungen, elf Lauf-ABC-Übungen, die wir bei Lauf Campus zum Standard erklärt haben. Janik zeigt dir, wie es richtig geht. Nach dem Kniehebelauf machst du idealerweise das Anfersen und das siehst du im nächsten Video.